Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Seratus 1. Heute möchte ich euch mal was ganz ausgefallenes von Playmobil vorstellen und zwar den neuen XXL Weihnachtsmann. Ein wirklich ausgefallenes Stück, hat die Artikelnummer 6629, könnt ihr direkt bei Playmobil im Onlineshop bestellen oder auf anderen Plattformen wie Amazon, Ebay, MyToys und ähnliche. Der kostet 49 Euro und das Tolle, ihr könnt ihn auch mit rausnehmen, ein schönes Schneehaus bauen, eine Schneeburg und dann den Weihnachtsmann da reinstellen. Ich zeige euch jetzt mal die Verpackung. Hier die Rückseite. Der Weihnachtsmann ist schon komplett fertig und insgesamt 65 Zentimeter hoch. So, jetzt packe ich ihn mal aus. So sieht er aus. Und er ist wie seine kleinen Vorbilder voll beweglich. Der Kopf lässt sich drehen. Die Arme und Hände lassen sich auch bewegen. Und die Füße lassen sich einklappen. Er wiegt 2,4 Kilogramm. Also etwas schwerer wie seine kleinen Vorbilder. Und ich zeige euch jetzt mal den Größenunterschied. Hier haben wir einen Original-Weihnachtsmann. Der ist 7,5 Zentimeter groß. Und der XXL-Weihnachtsmann ist 65 Zentimeter groß. Jetzt zeige ich ihn euch nochmal aus der Nähe. Das Gesicht und der Bart. So sieht er von hinten aus. Mit so einer Bommelmütze. Hier seine Haare. Hier seht ihr jetzt seine Hände und die Füße. Und hier nochmal den Größenunterschied. So das war es auch für heute. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Und wenn ja. Dann gebt mir bitte Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Empfehlt mich weiter. Hinterlasst Kommentare. Und bis bald. Bis zum nächsten Video. Euer Serratus1